Theater gegen Gewalt. Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann hat heute die Auftaktveranstaltung des People's Theatre in der Musterschule in Frankfurt besucht. Die gemeinnützige Theatergruppe aus Offenbach hat sich zum Ziel gesetzt, die Sozialkompetenzen von Jugendlichen und Kindern zu fördern. Was wir machen sind interaktive Theatershows, die immer einen kleinen Konflikt zum Thema haben, der beim Konflikthöhepunkt gestoppt wird. Und dann wird der Moderator mit einer Schulklasse diesen Problem auf den Grund gehen, diesen Konflikt lösen. Und dafür dürfen die Schüler dann ihre eigenen Vorschläge, wie man diesen Konflikt lösen kann, selber im Schauspiel ausprobieren. Die wechseln dann einen Schauspieler ein und üben mal, wie man das lösen könnte. Durch das eigene Eingreifen der Schüler werden ihnen die Konsequenzen ihrer Handlung deutlicher als in der Theorie. Auf diese Weise soll ein Problembewusstsein geschaffen und gewaltfreie Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Themen, die im Mitmachtheater behandelt werden, sind zum Beispiel Gewalt, Mobbing, Ausgrenzung oder Rassismus. Aber auch alltägliche Dinge, wie ein Pausenbrot zu teilen, lernen die Schüler. Man sieht auf jeden Fall an der Entwicklung der Kinder allein von Show zu Show, dass es Wirkung zeigt. Vor allem in der einen Show, wo es auch um dieses Brot ging, haben wir gleich nach der Show gesehen, dass die Leute angefangen haben zu teilen. Und einem, der kein Pausenbrot mehr hatte, dem haben sie dann gleich was abgegeben. Und es hat sehr kurzfristig dann schon eine Wirkung gehabt. Das war sehr schön. Die Theatergruppe geht regelmäßig in Schulen im Kreis Offenbach. Nun soll das Angebot des Vereins auch in Frankfurt ausgebaut werden.